Das Hundeverbot ist aber nicht Felicias einzige Sorge. Die Kälte macht ihr ganz schön zu schaffen. Mama, Felicia, was ist los? Oh, mir geht es richtig scheiße. Ich habe Kreuzschmerzen und ich glaube, ich bekomme Fieber. Hast du dich, als der Kälte, du bist ganz heiß geworden. Wenn wir nach Hause fahren, willst du dich zum Tee haben? Komm, dann lass uns ins Auto. Es ist auch saukalt, das stimmt auch. Also es ist genauso gekommen, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Da oben holt die sich noch eine Erkältung, die wird sowieso so schnell krank, weil die da oben rumgelaufen ist. Und jetzt hat sie sich was geholt, fängt mit Schnupfen und Fieber an. Also ja, mal wieder. Es ist furchtbar. Das war's mit dem Ausflug. Die Familie macht sich auf den Weg zurück ins Ferienhaus. Wenn einer nicht dabei ist, dann ist der Urlaub dann auch in Gefahr. Wir wollten zusammen das machen. Wenn einer dann zu Hause bleiben muss, dann kenne ich auch die anderen. Das sind wir Familie. Das ist schon so. Bei all meiner Großkotzigkeit, wie ich manchmal so rum mit mir rumtrage, die wollen schon. Dann nicht einen alleine lassen, dann machen sie nicht. Die werden sie pflegen. Da gibt es eine Familien-Solidarität und werden nichts ohne sie machen. Hallo, Felicia. Möchtest du noch irgendwas haben? Möchtest du mir ein Tee machen? Ingwer-Tee? Und Taschentücher geben. Mach ich. Dankeschön. Schlaf du mal, Alter. Ich meine, ihr sitzt jetzt hier. Was ist das für ein Urlaub für euch? Ihr müsst jetzt mir ja so helfen, Tee zu machen und so. Das hättest du auch für uns gemacht. Ja, klar. Aber es ist ja trotzdem doof. Ich meine, ihr sitzt jetzt hier rum und ja, haben nichts vom Urlaub. Also ich mach mir gerade richtig Sorgen, dass die Stimmung kippt, weil Felicia krank ist. Wir wissen nicht, wie das wird. Und das zieht auch bei allen die Laune runter. Ich weiß gar nicht, was man überhaupt noch jetzt machen kann, um das Ding zu retten. Die Stimmung ist am Boden. Der Urlaub macht keinem Spaß. Katrin und Rüdiger beraten sich, wie es weitergehen soll. Liebling, es tut mir wirklich unglaublich leid, dass das Ganze so den Bach runtergegangen ist. Das Wasser. Das Wetter. Ich habe das so gut geplant. Ich hatte auch eigentlich geguckt beim Wetter zehn Tage vorher. Aber guckte es an, ist alles im Bach runtergegangen. Felicia, jetzt so richtig krank geworden. Mit Desi haben wir es ja noch gebacken gekriegt einigermaßen. Und dann Felicia so krank geworden. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich bin im Moment richtig deprimiert. Das konntest du aber auch nicht alles planen. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Wir kommen einfach noch mal wieder, wenn die Sonne scheint. Wenn wir auch sicher sein können, dass die Temperaturen gut sind. Papa Rüdiger macht sich schwere Vorwürfe. Wegen seinem Alleingang bei der Urlaubsplanung. Hallo. Hi. Es sind ja fast alles zusammen. Felicia ist auch da. Ja, Felicia liegt da vorne. Hier geht es immer noch nicht so gut. Ich wollte mich bei euch entschuldigen. Dafür, dass ich euch hier hochgeführt habe. Das Ganze quasi so ins Wasser gefahren. Es tut mir unsagbar leid. Bitte entschuldigt, dass es tut mir unsagbar leid. Ein paar Sachen konnte ich nicht vorplanen, aber es ist trotzdem irgendwo missgelaufen. Es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun, Papa. Da kann es ja nichts für. Wir wissen jetzt einfach auch nicht, wie wir den Urlaub noch für alle retten können. Dazu habe ich mit euch was zu bereden. Ich und den Wissen haben beschlossen, dass ihr was mit den kleinen Unternehmen könnt. Dann bleiben wir hier bei Felicia, damit sie sich ausruhen kann und nicht alleine ist. Und wir ihr hier helfen und die kleinen dann noch einen schönen Urlaub haben. Dann könnt ihr was noch heute mit in den Unternehmen. Irgendetwas Schönes und wir sind dann bei Felicia. Das ist mir total lieb von euch. Wirklich. Was würdet ihr wirklich machen? Ja, klar. Die kleinen sollen doch noch einen schönen Urlaub haben. Wir sind ja auch hauptsächlich wegen ihnen hier. Ihr seid wunderbar. Kommt mit. Ich habe da nämlich einen Alternativplan gehabt. Überraschung. Kommt mit. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Was der Papa jetzt noch für eine Idee hat. Dann helfe ich euch mal beim Anziehen. Dann eine Idee, Überraschung. Ja? Danke. Dann ziehen wir uns nochmal an. Danke. Wird euch viel Spaß. Danke, danke. Ich bringe gerne das Opfer, dass ich mit Felicia und Chiara hier bleibe. Und dass die beiden Kleinen mit Mama und Papa einen kleinen Ausflug machen. Chiara und Vincent bringen da richtig Opfer. Die werden Felicia dann erstmal noch pflegen, sich um Felicia kümmern. Das heißt, sie ist versorgt und schenken den Kleinen und uns Zeit füreinander. Und damit der Urlaub dann doch noch was wird. Wo geht's hin? Das wirst du gleich sehen. Doch sag ich gar nichts. Großes Geheimnis. Kannst du mir jedenfalls verraten, was man da machen kann? Ja, ganz gut. Gleich sind wir da. Ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber jetzt sind wir ja nur mit unseren Kleinen unterwegs. Da wird sich mein Mann bestimmt was Tolles einfallen lassen. Er weiß ja, was denen gefällt. Papa Rüdiger hat für die kleinsten Familienmitglieder noch ein Ass im Ärmel. Der nahegelegene Freizeitpark. Und tatsächlich, die ersten strahlenden Gesichter sind ihm sicher. Das ist das erste Mal, dass ich in den Freizeitpark bin. Die beiden Kleinsten der Familie sind sofort begeistert von dem Park. Das erste Highlight, die Pinguine. Müssten wir theoretisch hier sein. Das heißt, um zu dem Streichelzoo zu kommen, müssten wir hier jetzt weiter. Und dann bei dieser Abzweigung, das ist hier Flamingo. Endlich pures Urlaubsglück. Die vier machen sich auf den Weg zum Streichelzoo. Erst noch Futter kaufen, dann ab zu den Tieren. Die Alpakas warten schon auf die Kids. Ich hab gehört, dass die spucken können. Ich muss sagen, wir spucken zurück. Vorsichtig, Elia. Da kommt schon eins. Guck mal, wie das guckt. Von der Seite am besten. Komm mal her. Guck mal her. Ganz vorsichtig. Ja, genau. Super. Oh, toll, Elia. Super. Oh, der ist doch süß. Guck mal. Bitte anfassen. Die Kinder haben eine Menge Spaß. Aber auch Rüdiger und Katrin genießen die Zeit mit ihren Kindern. Unsere kleine Viola, die auch ängstlich ist, als sie das Futter, den Alpakas der England hat, den Lamas und Alpakas, weiß ich gar nicht, und vorher irgendwo Katrin sagt, die spucken vielleicht und so weiter und so fort. Und die haben nicht gespuckt, sie hatte keine Angst, sie hat sich das rauslecken lassen aus den Händen, hat die gestreichelt. Also diesen Mut, diese Begeisterung, hätte ich ihr nicht zugetraut. Es wäre schön, das zu sehen. Meine Ahnung, meine Ahnung. Die Überraschung finde ich gelungen. So einen schönen Freizeitpark mit Tierpark gleich zusammen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also hat mir richtig gut gefallen. Während ein Teil der Familie den Urlaub im Freizeitpark genießt, kümmern sich die anderen im Ferienhaus um die kranke Felicia. So, meine Freunde, ich muss erst mit Daisy spazieren gehen. Die muss nämlich raus. Nö, Mopsi, nö. Du kannst nicht rausgehen. Ja, klar, kann ich rausgehen. Du bleibst mit dem Hund nicht raus. Ja, ich zieh mir mit einer Jacke, einer Mütze, einen Schal. Du legst dich immer mal hin. Nein, du legst dich jetzt wieder hin. Ich gehe mit ihr, dann kannst du dich hinlegen. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Chiara und Vincent sollen nicht mit Daisy rausgehen, weil ich die Verantwortung habe und ich vertraue den beiden. In dem Fall nicht wirklich. Felicia, bleibst du hier? Mir passiert doch nichts. Ich laufe jetzt. Felicia ist gut. Der Hund möchte raus. Leg dich wieder hin. Du bist krank. Lass mich doch mal hin. Der Hund geht entweder mit mir oder mit Vincent drauf. Na, mir nicht. Wir gehen zusammen. Du legst dich hin. Wir werden es schon hinkriegen mit dem Hund. Jetzt leg dich endlich hin, Felicia. Lektion 1 in Sachen Familienzusammenhalt. Lektion 1 in Sachen Familienzusammenhalt. Seine Geschwister lässt man niemals hängen. Chiara und Vincent machen sich mit Daisy auf den Weg. Währenddessen sind Elia und Viola auf dem Weg ins Karussell. Auch Rüdiger und Katrin wollen sich den Spaß nicht entgehen lassen. Für Mama Katrin ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass sie Karussell fährt. Alles gut, Elia? Alles gut. Ja, alles gut. Oh nein. Ich wusste es. Ich mache das nie wieder. Fall nicht raus. Oh Gott, oh Gott. Oh, das wird auch noch so schnell. Ah, ah. Halt deine Schwester fest. Oh, die kommt fest. Ich habe ja Höhenangst, aber ich wollte unbedingt mit den Kindern da rein, damit nicht wieder einer unten steht. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Also das ist mir auch so auf den Magen gegangen. Also ich dachte, das ist ein Kinderkarussell. Die sind da ein bisschen langsamer. Da muss Rüdiger eben ein bisschen Händchen halten. Das reicht. Das war der Horror. Ja, für mich ist das überhaupt nichts. Für mich ist das überhaupt nichts. Nee. Für mich reicht das jetzt. Ich für mich auch. Jola! Machst du das auch nicht? Was toll? Aber irgendwann neigt sich der Tag dem Ende zu. Die Gedanken der Familie sind sowieso ganz woanders. Da geht's mal früher. Na, das weiß ich auch nicht. Ich mach mir auch schon ein bisschen Gedanken um Felicia. Ich find's eigentlich auch richtig schade, dass die nicht dabei sind. Es war als Familienausflug gedacht und jetzt sind wir hier in kleiner Besetzung. Das ist nicht schön. Ja, das ist echt schade. Die hätten sich hier bestimmt auch gefreut. Ja. Deshalb geht es für die Urlauber jetzt auch zurück zum Rest der Familie, der zu Hause wartet. Ich bin hier. Hallo. Ja, und Vincent. Wissen Sie wo wir waren? Nein, erzähl mal. In einem Park. In einem Park? Was für ein Park denn? Wir waren da in einem Streichelzoo, haben Lavas gefüttert. Streichelzoo? Ja. Und Karussell gefahren. Karussell? Was für einen Park wart ihr denn? Na ein Freizeitpark? Ja. Für mich ist der Urlaub gerettet. Also ich sehe das an den Kindern, an meinem Mann. Das ist ein positives Gefühl, was wir jetzt mitnehmen, auch wenn einiges nicht so schön geklappt hat. Aber das ist jetzt nicht geblieben, sondern es ist was Schönes geblieben. Und mit dem Gefühl fahren wir wieder nach Hause, das finde ich. Das ist richtig gut. Trotz aller Probleme, dieser Tag hat die Benutos noch enger zusammengeschweißt. Kinder, komm doch mal bitte hier. Bitte. Klar. Das ist unglaublich schön, euch zu sehen, wie ihr das alles erzählt habt gerade. Das war so wunderbar in diesem Park. Unglaublich schön. Ihr seid einfach großartig. Vorhin, oder vor einiger Zeit noch, da habe ich gedacht, der ganze Urlaub ist toll geplant, ist Völchenbachuntergang. Und dann kam die. Super. Ich weiß, dass das genau das ist, was meinem Mann unheimlich ans Herz geht. Wenn er was Schönes in Gang gebracht hat und dann so viele strahlende Gesichter da erntet, also da zerfließt ja eigentlich wie Butter in der Sonne. Ich bin stolz auf euch, ihr habt das wunderbar gemacht. Ihr habt letztendlich das ganze Wochenende gerettet. Danke. Und diese Geschichte, Freizeitpark und das, und diese Freude der Kinder, ja, das hat den Urlaub gerettet. Das hat eine, ein Urlaub, ich war so weit, dass ich dachte, alles shit, alles vorbei. Und es wird nichts. Es war kurz davor, dass ich sage, wir fahren nach Hause. Und jetzt haben die Kinder, nicht ich, die Kinder haben das gerettet. Und die Familie hat das gerettet. Und das macht stolz. Wenn ich liebe mein Leben, ich nehm mich mit...